Hallo und willkommen zum EPP-Event LED mit SMT powered by AMS Osram. Bei mir ist jetzt Jörg Nolte, Product Manager Tools, Rework und Inspection Systems bei ERSA. Herr Nolte, welche Herausforderungen sehen Sie dann in der Fertigung von LEDs und wie werden Sie angegangen? Ja, hallo, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ja heute in Vertretung hier für den Herrn Krumm, der üblicherweise uns hier vertreten hätte. Und die Herausforderungen in der LED-Technologie liegen natürlich bei uns wesentlich im Fertigen der Baugruppen. Das heißt, von den Schablonendruckern über die Reflow-Öfen bis hin zur Reparatur. Das sind die Themenfelder, bei denen wir bei ERSA uns mit der LED auch beschäftigen. Und welche Schritte genau decken Sie in der Herstellung von LEDs ab? Ja, wie wir heute auch im Rahmen des Vortrags vorstellen werden, geht es um die Entwärmung der LEDs mit dem Lotpastendruck beziehungsweise mit dem Schablonendruck generell, also auch in Bezug auf Sinterpastenverarbeitung oder die Verarbeitung von Wärmeleitpasten. Das wäre das ganze Thema, was mit dem Drucken der LEDs zusammenhängt. Dann geht es natürlich um die Anpassung der Reflow-Profile auf optimale Lötprofile in den Reflow-Öfen. Das ist ein großes Thema im Zusammenhang auch mit unseren Exos-Reflow-Anlagen, die eben Vakuum-Technologie für die Verarbeitung von LEDs offerieren. Und schlussendlich der Bereich, in dem ich aktiv bin, hauptsächlich die Reparatur von Baugruppen. Ein Thema, was immer wichtiger wird, dass eben die Baugruppen auch im Betrieb bei Ausfallsituationen fachgerecht repariert werden können. Das ist also unser Spezialgebiet auch in Bezug auf LED, was mich betrifft. Das letzte Punkt, was in Richtung Nachhaltigkeit spielt, zahlt das da ein? Das ist ein großes Thema. Wir haben nicht zuletzt auch in Österreich ja schon eine Situation, dass die Regierung hier zum Beispiel Entkundeten auch Geld bezahlt, wenn sie sich ihre elektronischen Geräte reparieren lassen, professionell reparieren lassen. Also Österreich geht da voran. Die EU hat da entsprechende Regularien auf den Weg gebracht, dass man eben versucht, die Elektroschrottmenge in Europa auch zu reduzieren. Und das geht letztendlich auch über die Reparatur und natürlich über die Zuverlässigkeit der Elektronik insgesamt. Okay. Wir haben zwar noch kein Weihnachten, aber Wünsche kann man ja trotzdem haben. Was wäre Ihr Wunsch für die Branche, für die Fertigung? Ja, der Wunsch ist, vor Weihnachten findet ja noch die Produktronika in München statt. Da hoffen wir sehr, dass wir auch wieder mit vielen Besuchern rechnen dürfen und interessante Gespräche führen. Grundsätzlich in der Elektronikindustrie ist es, glaube ich, so, dass wir hier in Europa versuchen sollten, den Anschluss nicht zu verpassen, dass wir also weiterhin mithalten können mit asiatischer Produktion. Ich sehe uns da auf einem guten Weg. Ich sehe auch die Anlagentechnologie, die aus Europa stammt, hier auf einem sehr guten Weg und hoffe, dass wir hier sehr viele innovative Impulse aus europäischer Produktion bekommen, um letztendlich die Elektronikfertigung auch in Deutschland und in Europa attraktiv zu halten. Ja, dann sage ich vielen Dank, Herr Nolte. Und noch einen erfolgreichen Tag hier beim EPP-Event. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.